Hallo, herzlich willkommen zu einem Dungeon Defenders Info-Video. Ja, ihr habt richtig gehört, Info-Video. Und zwar sind hier noch so zwei andere Leute. Hallo. Hallo. Ja, der Blisser und die Elenia. Link in der Beschreibung von den beiden. Denn ich werde hier bei so einem Let's Play Together mitmachen von Dungeon Defenders und dem Spiel hier. Wo man so tolle Türme baut. Da kann ich dann so, uh, irgendein Teil hinbauen. Huch, ja, jetzt sieht man nichts, weil irgendwie der Hintergrund der Weg ist. Yay. War sowas. Und, ja, ich wollte nur mal sagen, dass ich da mitmache. Die Playlist und die, äh, das erste Video findet ihr in der Beschreibung, den Link dazu. Und wer es sich anschauen will, kann es sich anschauen. Ähm, ja, wollt ihr noch was sagen? Hallo. Schaut es an. Okay, das ist sehr spaßig. Ja, also, wir sehen uns dann bei den anderen Let's Plays da. Also, bei den Let's Plays bei denen. Huhu. Tschihau. Tschau. Tschüss.